So meine Lieben, es gibt natürlich wie immer Neuigkeiten auch rund um Iris Klein und Peter Klein und Yvonne Wölke. Ich habe zu allen Updates und vor allen Dingen möchte ich jetzt auch nochmal einen Teil meiner Erfahrung mit euch teilen. Und ich stelle hier in diesem Video einfach jetzt mal so die Dinge in den Raum, ganz neutral. Aber ihr könnt euch gerne Meinung dann bilden in den Kommentaren, in den Likes. Und vor allen Dingen abonniert meinen Kanal. Los geht's. So, also. Fakt ist, dass Iris Klein natürlich wieder aus dem Krankenhaus draußen ist und sie hat sich selber entlassen. Wir schauen aber jetzt erstmal kurz auf einen Bildartikel und schauen uns diesen eben an. Und zwar folgenden, nämlich hier, wo sie praktisch ins Krankenhaus gebracht wird, ja. Also hier wird Iris Klein in die Klinik gebracht, ja. Und da sehen wir also hier nochmal die Bilder. Und man hat sich ja wirklich sehr viel Sorgen gemacht. Also selbst ich habe mir Sorgen gemacht, ja. Und wenn wir, also der Grund natürlich hier Yvonne Wölke, die jetzt übrigens immer als Ex-Miss Germany bezeichnet wird, das finde ich ja auch, ja. Ja, ein bisschen kurieus, ja, kurieus. So, Ehefrau Iris wurde nach dem Klinikeraufenthalt entlassen. Der übliche Vorgang, wenn ein Psychiater, also wir sprechen jetzt über einen Psychiater, darin keine Gefahr sieht. Im Internet schrieb sie jetzt, manchmal tut es gut, mal nicht zu funktionieren. Trennung oder Versöhnung, Iris Klein will die Scheidung. Ich habe das Vertrauen verloren. So, meine Lieben, jetzt hat sie aber auch nochmal ein bisschen was gepostet. Und zwar, ich muss mir diese Posts einfach nochmal kurz anschauen. Mit einem Selfie, das finde ich sehr gut aussieht, wenn es denn ein aktuelles Selfie ist. Aber ich glaube es fast nicht, ich glaube es ist ein altes Selfie, was sie genommen hat. Das Leben wird weitergehen und ich muss das irgendwie schaffen. Danke an alle lieben Menschen da draußen, die mir Kraft schenken, um wieder auf die Beine zu kommen. Ich habe mich selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Also war es hier schon mal nichts wirklich krasses Körperliches, was jetzt eine Behandlung oder vielleicht sogar eine OP oder ähnliches zur Folge gehabt hätte. So, jetzt spricht sie also hier schon direkt wieder über Verzeihen. Heißt das, dass hier sich das Ganze doch wieder egalisiert und sie zusammenkommen? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Weiterhin gibt es natürlich hier Berichte, denn sie hat sich auch wieder bei Promiflash geäußert. Beide Artikel, beziehungsweise alle drei Artikel, die ich zeige, sind unten im Video dann auch in der Videobeschreibung drin. Aber ich komme auch gleich zu den Thesen und zu den großen, großen Leaks. So, Affäre für Aufmerksamkeit. Iris Klein dementiert PR-Vorwürfe. So, diese Vorwürfe weist Iris nun entschieden von sich, ja. In ihrer Instagram-Stories bezog Iris nun Stellung zu den Spekulationen, die fremdgehe Vorwürfe seien nur PR. Und nein, es ist zumindest von meiner Seite her keine PR. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe. Für mich ist alles gesagt, das Thema erledigt wie unsere Ehe. Also, sie hält zumindest da noch dran fest. Man muss aber auch dazu sagen, dass es natürlich zum Beispiel letztes Jahr bei Kampf der Reality-Stars oder im Vorfeld zu Kampf der Reality-Stars Iris auch zu mir gesagt hätte, dass ihr großes erklärtes Ziel sei, mit dieser Sendung mehr Sympathien einzuholen als Dani Büchner und auch mehr Follower als sie. Dies hat sie ja jetzt durch diese Sache auch geschafft. Denn, ihr seid ja so super, indem ihr mich immer so toll informiert, sie hat nämlich einiges dazugewonnen an Followern. Und zwar, mir hat jemand geschrieben, ich lese das einfach vor. Peter ist nach dem ganzen Drama von 32.000 auf 125.000 Follower. Iris hatte um 150.000 Follower, also auf 381.000 Follower zugelegt. Das bedeutet sehr viel Geld für beide. Jemand anderes schrieb mir, die 100.000 Leute mehr können für sie ca. 3.000 bis 4.000 Euro pro Kooperation zu Buche schlagen. Also, da steckt jetzt schon auch viel Geld dahinter, muss man sagen, ja. Des Weiteren, ja, hat man ja gar nichts mehr gehört von irgendeiner Aussprache, aber Iris äußert sich fleißig bei Promiflash und sagt hier, sie will sich mit ihrem Peter aussprechen. So, ich habe mich selbst aus dem Krankenhaus entlassen, fliege zurück, bla, das haben wir ja gerade gehört, ne, in ihrem Posting. Das Leben wird weitergehen und ich muss das irgendwie schaffen. So, und offenbar will sie jetzt auch wirklich vernünftig mit ihrem Noch-Ehemann reden. Iris Management bestätigte gegenüber RTL, dass die beiden in Ruhe und ganz privat über die Gerüchte und Erlebnisse der vergangenen Tage sprechen wollen. Sie wollen ihre Angelegenheiten klären, heißt es in einem knappen Statement. So, also, das kann natürlich jetzt auch in Richtung Versöhnung wieder laufen. Das kann natürlich auch sein, dass hier, dass, ja, sich die Wogen einfach klätten, dass eben an diesen ganzen Fremdgevorwürfen nichts dran ist und hier wieder eingelenkt wird. Iris, dein ist Skorpion-Ascendent, die halten immer sehr, sehr, sehr lange an Dingen fest, ja. Ja, da hat sie aber im Moment, weil mich auch gefragt haben, welche Aspekte sind in den sekundären Maß drauf, der natürlich dann eine Opposition ins Partnerhaus macht. Also, nicht ganz ohne diese Aspektion. Allerdings hat sie rundherum sehr gute Aspekte, die anzeigen, dass alles, oder die Weichen auf Zugewinn stehen. Also, sie ist die große Profitiererin. Was ich mich jetzt wirklich frage, wenn ich mit so einem Ding spiele, wo sie gepostet hat, ich kann nicht mehr Abschied, tralala, schwarzer Hintergrund, was sie da gepostet hat und ins Krankenhaus kam. Ich spiele niemals mit Menschen, die solche Situationen erlebt haben, die vielleicht wirklich einen Suizidversuch hinter sich haben. Auch hier blende ich gerne nochmal die Nummern auch in diesem Video ein. Wenn ihr das Gefühl habt, allein zu sein, die Welt bricht über euch ein, wählt eine dieser Telefonnummern, um erstmal eine sofortige Hilfe zu bekommen und versucht darüber zu sprechen. Man hat ja gesagt, es sei ein internistischer Notfall. Es hätte ja auch von einem Herzinfarkt bis, keine Ahnung, was auch immer sein können. Ein großes Zeichen war ja auch, dass Daniela nicht gekommen ist aus Mallorca. Also war es vielleicht doch nicht ganz so ernst. Und jetzt war sie da einen Tag oder zwei im Krankenhaus oder vielleicht auch drei und hat sich selber entlassen mit Einwilligung eines Psychiaters. Also waren es ja tendenziell eher seelische Probleme. Da muss man sich auch ernsthaft drum kümmern, wenn dem so war. Wenn das aber inszeniert war, ist es ein Spiel, das sehr perfide ist mit Menschen, die wirklich eine Erkrankung haben. Und da bin ich gar nicht dabei. Und Iris Klein spielt gerne Spielchen. Bei Kampf der Reality-Stars war es so, und das wurde eben nicht ausgestrahlt. Und da könnt ihr alle anderen Beteiligten dazu fragen. Jelis, Yasin, den Richter und so weiter, den Bauern. Ihr könnt alle dazu fragen. Es stimmt, was ich euch hier jetzt sage. Und zwar war es so, nachdem Iris so viel Münzen bekommen hat, weil sie sich unbeliebt gemacht hatte, fing sie an zu drohen. Und zwar hat sie dem Richter, also Ronald Schill und mir gegenüber gesagt, dass, wenn sie rausgewählt werden würde bei der Stunde der Wahrheit, sie weiß, dass alle noch im Hotel sind und sie wird ordentlich Stimmung machen gegen uns alle da drin und mal erzählen, was hier wirklich abgeht. Das hat die Produktion sehr ernst genommen und uns mehrfach dazu befragt. Die haben dann auch nochmal die Videoausschnitte angeschaut und haben dann Iris Klein 80 Kilometer weiter in ein Hotel gesteckt. Und zwar nicht zu den anderen, sondern eben, wie gesagt, 80 Kilometer weiter und vor allen Dingen auch nicht zum Abschiedsabend eingeladen. Also das nur mal so, wie Iris Klein einfach auch tickt. Auch mit ihrer Aufmerksamkeit hat Daniela mal zu mir gesagt, sie sagt ihrer Mutter schon gar nicht mehr, in welchen Tagen sie dreht, weil sie ja bei jedem Dreh unter irgendeinem Vorwand auftauchen würde, um halt auch mal einmal durch die Kamera zu laufen. Also sie ist schon natürlich auch aufmerksamkeitsgeil. Aber wenn hier wirklich seelische Probleme da sind, sollte man die auch wirklich ernsthaft angehen. Aber wenn diese Story und jetzt ist ja dieser Satz da, naja, verzeihen kann ich vielleicht irgendwann, vergessen nicht, dann sieht es für mich schon wieder so aus, als kommt alles wieder irgendwie in Bahnen rein. Und man hat da doch ganz gut profitiert. Jetzt hat eine Yvonne Wölke sich zwar nicht geäußert, aber Leute, es gibt hier auch ein Video, was ich euch unbedingt zeigen muss. Und zwar von Patricia Blanco, die hier sich geäußert hatte in ihrer Story gestern. Und ich hoffe, dass wir es jetzt nochmal haben. Moment. Jawohl. Okay. Musst du gerade schauen, dass es auch da ist. So. Und Patricia Blanco hat etwas zu Yvonne Wölke gesagt, was ich Ui bedenklich finde. So Leute, ganz kurzes Statement zu Yv... Oh, sorry. Mein Ton. Sonst haben wir hier wieder eine Tondopplung. Aber, klar, es ist Samstag und ich denke, dass ihr mir das jetzt auch mal kurz verzeiht. So. Also, wir schauen es uns jetzt nochmal an. Ganz kurzes Statement zu Yv... Yvonne Wölke. Yv ist diejenige, die anscheinend hier irgendwie Deutschlands Vorzeigefamilie leider ein bisschen geächtet hat mit PP. Ich nenne die nur so. Ey! Was ist PP? Piep, piep. Peinlich, peinlich. Ich kenne die Frau, ich kenne Yv. Ich weiß, was da los ist. Ich habe selbst mit der was zu tun gehabt. Da wird sich richtig eingemischt in Familienangelegenheiten. Mehr weiß ich dazu nicht. Ich wollte es nur sagen. Ja. Meine Mutter hätte man wahrscheinlich 16 Mal ins Krankenhaus einliefern können. Weil, wenn man das natürlich gewohnt ist, beschissen zu werden, ist eine Geschichte. Aber das ist natürlich etwas Härteres, was ich nicht beweisen kann. Ich wollte mich nochmal melden, Leute. Geht gar nicht, um berühmt zu werden. Geht gar nicht. Okay? Es gibt Grenzen. So, es gibt Grenzen. Also da hat Patricia Blanco natürlich recht, ja. Und ich muss sagen, das wirft ja jetzt auch wieder ein sehr schlechtes Licht auf Yvonne Wölke. Das habe ich dir ja oft körpersprachlich auch besprochen in den Reaction-Videos zum Dschungel. Und ich muss sagen, für mich war es kein Sympathieträger. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also Yvonne Wölke wird davon gar nicht profitieren. Ich glaube auch nicht, dass sie da jetzt große Angebote bekommt. Oder die große Influencerin sein wird. Es ist ja so, sie hängt ja eher auch so tendenziell mit Promis ab, die eher im Erotik-Bereich auch zu tun haben. Das ist für eine seriöse Schauspielkarriere oft ein Hinderungsgrund. Sollte es nicht sein, aber es ist so. Und ich habe sie auch noch nie in irgendwas gesehen, muss ich dazu auch sagen. Und ihre Haltung, ihre Arroganz, ihre Überheblichkeit, die sie ja immer wieder demonstriert hatte, auch in ihren Statements und Interviews und immer wieder hier Pixar verteilt hat, ist alles andere als sympathisch. Also ich glaube, sie ist der große Loser da davon. Und jetzt schauen wir mal. Wir warten einfach mal auf ein Statement ab, ob es diese Affäre nun gab oder ob sie es nicht gab. Ich finde das komisch, wie das so bei Iris jetzt abgelaufen ist, diese zwei Tage Krankenhaus, hier nur mal einen auf Mitleid oder viel Mitleid mit Gefühl bekommen, ja. Und dann war gar nichts im Prinzip dran. Es ist, ja, Leute, es ist einfach eine ganz seltsame Geschichte. Und das wollte ich jetzt einfach mal ganz neutral erzählen. Und ich bin auf eure Kommentare gespannt. Und freue mich auf ein nächstes Video. Bis dann.